Hallo liebe Freunde des gepflegten Weihnachtsspaßes und willkommen zum 16. Adventskalendertürchen meines Giveaway Adventskalenders. Wie immer zum Start der Hinweis, schaut rechts oben in die Infokarte, dort ist das Infovideo nochmal verlinkt, wenn ihr noch nicht wisst, worum es hier überhaupt geht. Heute im 16. Türchen gibt es ein Spiel gesponsert von mir selber und zwar Little Nightmares, die Complete Edition für Steam natürlich, könnt ihr heute gewinnen. Den Link zum Giveaway gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Dort einfach draufklicken, ihr werdet zu Geed weitergeleitet, der Gewinnspielplattform. Dort könnt ihr euch mit eurem Twitch- und oder YouTube-Account einloggen und dann beim Giveaway eure Lose in den Lostopf werfen. Denkt wie immer dran, das Ganze läuft nur bis heute Abend 23.59 Uhr. Morgen gibt es dann schon das nächste Giveaway. Der oder die Gewinnerin wird dann von Geed per E-Mail benachrichtigt und kann dann bei mir aktiv oder muss dann bei mir per E-Mail aktiv das Giveaway einfordern. Und dann kann ich euch auch den Steam-Code dann zuschicken. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways. Alle weiteren rechtlichen und sonstigen Infos auch nochmal unten in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung teilt das Video gerne weiter, damit so viele wie möglich davon was haben, was gewinnen können. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum 17. Türchen. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Oher. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways. Ich bin Veranstalter dieses Giveaways.